Investieren in die spannenden Emerging Markets und trotzdem ruhig schlafen können, welcher Privatanleger möchte das nicht? Wir wollen erklären, wie das geht mit Michael Arpe. Er ist Vorstand der HAC Vermögensmanagement AG. Herzlich willkommen, Herr Arpe. Zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt, was macht die Emerging Markets, zu Deutsch die Schwellenländer, aus ihrer Sicht zu spannend? Oder gibt es zu viele? Aber ich habe mir mal drei Punkte rausgesucht. Zum einen natürlich das große Wachstum der Volkswirtschaften. Sie wachsen immer noch mit dem Zwei- bis Dreifachen von uns Industrienation. Der zweite Faktor ist das Aufholpotenzial der Anlagen. Die Schwellenländer stehen heute schon für über 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, haben an den Marktkapitalisierungen der Börsen aber erst 20 Prozent. Und verbunden mit den niedrigen Bewertungen an den Börsen ist dort noch ein gehöriges Potenzial zu vernehmen. Viele denken beim Thema Emerging Markets in erster Linie an China. Geht uns sicherlich allen so, das Riesenreich in Asien, das ist sicherlich auch kein Fehler, aber trotzdem nur die Hälfte der Wahrheit, oder? Ja, sogar ein bisschen weniger. Wir haben es in den Schwellenländern mit rund 160 Ländern zu tun. Wenn man die investierbaren Länder nimmt, haben wir immer noch 60 Länder und das ist viel attraktiver, weil man breit streuen kann in den Emerging Markets. Sie machen diese Region mit einem Mischfonds-Konzept investierbar. Welchen Ansatz verfolgen Sie dabei? Wir haben drei Ansatzpunkte. Erstmal globale Emerging Markets. Wir konzentrieren uns nicht auf einen Teilbereich wie zum Beispiel Asien oder nur Afrika, sondern wir haben dadurch die Möglichkeit, bei Problemen in einigen Zonen auch in andere auszuweiten. Das zweite ist, wir investieren im Multi-Asset-Bereich, das heißt nicht nur im Aktienbereich, sondern auch festverzinsliche Wertpapiere. Wir mischen Rohstoffe bei, können auch Immobilien beimischen und sind so breit gestreut. Der dritte Punkt dabei ist das Multi-Manager-Denken. Das heißt, wir streuen die Investmentgelder auf Fondsmanager, die in ihren Teilbereichen zu den Besten gehören. Mit anderen Worten, da muss ich nochmal nachhaken, Sie bündeln quasi die Expertise der Besten überhaupt, die in diesem Markt tätig sind. Ja, wir bündeln sie und wir kontrollieren sie. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Investorengelder, dass wir Kontakt zu den Managern haben und immer Abweichungen zur Strategie auch schnell überprüfen und dann reagieren können. Was schnell steigt, kann auch schnell fallen. Haben wir auch oft gesehen, vor allen Dingen in den 90er Jahren, als die Asienkrise gewütet hat. Das sieht kein Investor gern, wenn eben halt die Dinge so schnell wieder runtergehen. Sie wollen daher die Verluste weitestgehend begrenzten, habe ich im Vorfeld gelesen. Wie geht das? Ja, zunächst einmal, indem wir uns eben nicht für ein reinrassiges Aktieninvestment entschieden haben. Dort kommt es immer noch in den Emerging Markets zu Drawdowns, also Abwärtsbewegungen 50, 60 Prozent. Das hält, glaube ich, ein durchschnittlicher Privatanleger nicht durch, geschweige denn auch ein institutioneller Anleger. Deshalb unser Mischfondskonzept und die Streuung auf verschiedene Anlageklassen über den Aktienbereich hinaus. Da nutzen wir einfach die Diversifikationsmöglichkeiten, die diese Märkte heute schon hergeben. Also könnte man sagen, um vielleicht auch in sprachlichen Bildern zu sprechen, das ist eine angezogene Handbremse, die Sie da gewählt haben, bei gleichzeitigem Sicherheitsnetz für den Investoren. Kann man das so vielleicht zusammenfassen? Also ich habe lieber Sicherheitsnetz ohne angezogene Handbremse. Ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass derjenige am Ende des Tages die meiste Rendite erzielt, der die Abwärtsbewegungen kontrollieren kann. Nicht vermeiden, aber doch deutlich reduzieren kann. Und das ist unser Konzept. Michael Lappe von HAC Vermögensmanagement. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.